Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und ich bräuchte mal eure Hilfe, euer Feedback. Und zwar bin ich gerade so ein bisschen unentschlossen und dann dachte ich mir, da musst du mal fragen, was die Zuschauer davon halten oder überhaupt darüber denken. Und zwar werde ich immer häufiger, sowohl von meinen Schülern natürlich, aber jetzt auch ganz oft über YouTube angeschrieben und angefragt, ob ich nicht mehr aus diesem Bereich Off-Topic machen könnte. Ich scrolle hier auf meinem Kanal mal ein bisschen runter. Aber ihr seht ja hier, dass ich ein bisschen was hin und wieder stelle, ich mal Spiele vor oder keine Ahnung. Ich mache ein Video zum Summer Sale oder zum Winter Sale, welche Spiele ich da ganz gut finde und solche Sachen. Zu Bitcoin habe ich ja schon was gemacht, ganz früher mal zu WhatsApp. Oder auch zu Softwarefragen, also die Frage war, welche Software ich zum Beispiel gut zum Schneiden von Videos finde und solche Sachen eben. Und ob ich von solchen Sachen nicht mehr machen könnte. Und ja, könnte ich natürlich. Mich würde aber mal interessieren, weil es ja doch immer nur so punktuelle Anfragen sind, ob das wirklich insgesamt gewollt wird. Also bitte das erste Feedback in die Kommentare zu mehr von Nicht-Lernvideos. Und zweite wäre dann, wenn ihr ein bisschen mehr wollt, stört euch das dann eigentlich, dass das hier im Kanal ist. Das wäre so meine zweite Frage. Soll ich einen zweiten Kanal dafür aufmachen? Sagt ihr, nee, das Ding muss hier ein reiner Lernkanal bleiben, sonst verwischt das alles. Oder sagt ihr, nee, genau hier müssen so ein paar Sachen rein, damit das ein bisschen aufgelockert wird, alles. Also, ne, euer Feedback bräuchte ich mal an der Stelle. Frage 1. Sollte es mehr aus dem Bereich Off-Topic geben? Also aus dem Bereich Nicht-Lernvideos, Nicht-Let's-Learns. Und zweitens, soll ich denn das hier ein bisschen steigern oder lieber einen eigenen Kanal machen? Super. Das würde mich freuen, wenn ihr euch da beteiligt und Kommentare und Kommentare und Kommentare schreibt. So, danke.